Weiter geht's mit Slender the Arrival, herzlich willkommen zurück. Wir sind immer noch beim Kapitel Into the Abyss, heißt es, wo wir in den Tunnel gehen müssen und die Generatoren anwerfen müssen, die sechs, wo uns dieser kleine Giftzwerg da immer verfolgt. Und anscheinend kommt Herr Slenderman und Kind Slenderman sind anscheinend... also Kind Slenderman ist totaler Quatsch, das heißt, sie hat einen Kind Slenderman und Mann Slenderman. Ne, also quasi One and a Half Man spielen wir hier. Oder Two and a Half Man, weil ich bin ja auch dabei. Ach, was bin ich mit wieder witzig? Auf jeden Fall müssen wir eben Slenderman, Slender Boy, was weiß ich, müssen wir irgendwie verarschen, weil das ist echt schwer. Das ist wirklich schwer mit den Generatoren, das haben wir in der letzten Folge herausgefunden. Weil der Slenderman kommt ja auch, wisst ihr, der kleine und der große Giftzwänger, das ist echt schwer. Übrigens habe ich mir den tollsten Energy Drink überhaupt, also so viel unterwegs zumindest, das ist Flying Power, das ist echt der Energy Drink, für Gamer, das sind so kleine Plastikflaschen, 330 Milliliter, einfach perfekt. Es gibt nichts Besseres, so für daheim halt, also ich finde, da gibt es ganz viele Energy Drinks, die viel besser sind. Oh, das habe ich aussehen. An den Popschuss gestoßen, so. Super schmeckt der echt. Gibt es aber einen Monster und Rockstar und Booster schmecken dann da schon besser, aber der ist halt wirklich auch extrem gut und sehr gut für daheim, so. Oder für unterwegs. Wie man es nimmt. Genug von Energy Drinks geredet. Okay. Wo muss ich schon lange hin? Hä? Wo war hier nicht irgendwo eine Tür dann? Okay. Ja, anscheinend bin ich jetzt wirklich vollkommen verblödet, aber das ist ja auch normal, wenn man so ein Spieltier spielt, ne? Wie steht denn hier immer noch Blue Isle Studios Browser Repressor? Warum steht denn das immer noch hier? So, genau hier war es und dann irgendwo da hinten. Hä? Was war das denn? Aha. So, hier geht's lang. Oh, vielen Dank, aber auch. So, springen wir nicht. Ich bin mal ein Sprintmal lieber auf. Oder besonders schnell bist du nicht, guter Mann oder gute Frau. Mit Fingernägern zu uhrteilen, ist es eine Frau. Oder ein Mädchen. Eins von sechs Generatoren. Gut, jetzt gehen wir mal hier lang. Wir sind sonst nochmal andersrum gelaufen. Mal gespannt, ob wir hier was finden. Nö? Yeah. Da haben wir schon den zweiten. Gehen wir jetzt nach da? Ja, ich, okay. Wollte eigentlich andersrum gehen. Egal. Noch geht's mir gut. Noch bin ich gechillt. Aber ich weiß nicht. Wie lange noch? Wann wisst ihr, wie... Wisst ihr, was für ein Horror... Nee, Horror kann ich jetzt nicht sagen. Das klingt der Satz doof. Wisst ihr, wie... Was das für eine Hölle ist? Wisst ihr, wie Hölle das ist, wenn ihr im Sommer Horrorspieler aufnehmt? Das gibt nichts Schlimmeres. Es gibt nichts Schlimmeres, als im Sommer Horrorspieler aufzunehmen. Da draußen sind fünf Millionen Grad. In Zimmern nur sechs Millionen. Und, ähm... Das ist einfach nur unglaublich schade. Und dann... Du schwitzt ja noch vom Horror. Horror ist ja auch gruselig. Kaum zu glauben, aber doch. Und vom Horror schwitzt ja dann auch, wisst ihr. Ey, das ist... Da ist er, der Klinik. Hallo, hierher. So. Jetzt rennen wir mal weg hier. So, hier unten. No, no, no. No, 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 no. Mama mia, mama mia, mama mia. Let me go. Oh, Mann. So, haben wir sonst noch was hier? Noch ein Generator. Ja, Alter. Cool. Irgendwie läuft das gerade gut. Wow. Alter, ich erschrecke von meinem eigenen Schatten, weil ich dachte, das wäre der kleine. Okay. Falls ihr die letzte Folge nicht gesehen habt, der hat Angst vor Licht. Warum auch immer. Lass ihn. Lasst ihn halt. Der hat mir nach vorne nichts Angst, der hat Angst vor Licht. Das lernt er aber schon. Sein Vater bringt ihn da schon irgendwie bei. Ich muss die anderen zwei Generatoren noch finden. Was? Äh? Doch, doch, doch. Muss ich. Alter. 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 Oh. Alter noch. Alter. Alter. Ach. ich bin noch nie so erschrocken ins länder noch nie wieso steht er auch einfach vor mir ach du heilige wenn das nicht in irgendeinem horror best of auch landet habe ich vergessen alter ich habe voll geburt ich habe das war voll 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 übertrieben unerwartet aber ich habe noch nie sowas unerwartetes erlebt alter der war einfach vor mir normalerweise steht er immer irgendwo wenn man so hin guckt aber der bieten sich einfach vor mir alter ich habe mich echt ultra scheiße grad ob es klar dass kein schwierigkeitsgrad gibt das ein bisschen gemacht einfach ich muss mich berügen das war ja noch nie so erschrocken da war der anfang von cryo 4 nicht so hart falls euch an den anfang von cryo 4 erinnert ja das müsstet ihr der ist eigentlich nicht zu vergessen hier muss ich sagen war einer meiner lieblings horror games und amnesia kam auch am besten an wo jetzt kommt er von hier alter alter nee heute scheiß noch mal heute scheiß noch mal aufs licht nahrern bloß weg du giftzwerge was denn da habe ich ja auch auf schwierigkeitsgrad abnormal ab normal paranormal eingestellt was soll denn das jetzt hier es gibt ja zum glück ein schwer was soll denn das jetzt hier slenderman kannst du mal allein du kannst du auch nichts alleine machen lass doch mal deinen sohn bisschen üben der muss das ein bisschen üben scheiß drecks und ich hoffe wir sehen ja nicht noch mal im spiel ich muss übrigens das ding hier mal ausmachen das vergesse ich immer toll jetzt ist ja gar kein da drin jetzt finde ich nix mein gott ich bin im schock von dem alter ich muss mir das später angucken ich hau mich weg ich liege am boden voll lachen wenn ich mir das noch mal angucken ich habe mich nervt natürlich wenn ich erschrecke ich bin dann auch immer sauer aber wenn ich mir dann angucken dann freue ich mich weil sowas kriegst du nicht oft zu wenn es so richtig erschreckt das war jetzt ja richtig oberhammer also das heißt richtig krass und sowas kriegst du nicht aufzusehen du mal sind gleich zwei ich höre keine blöden fußspuren 3 ach ja der erste also quasi nur fünf finden das kann man auch sagen weil der erste ist ja es ist das richtig gruselig ist ja dass du nur diesen lichtkegel sie ist mehr nicht muss er denn jetzt bin ich ja vorhin eigentlich auch lang oder war ja ich mal wieder hier lang wo ist er denn ich warte mal kurz auf ihn damit ich ihn sehe hallo okay jetzt gehe ich mal hier rein da war das scheiße gut alles leer dann kann ich den noch anmachen den fünften oder vierten ist vor allem hier auf der brücke geht immer die framerate ein bisschen in die knie das tut mir leid ist das ein and nee gut das ist ein bisschen scheiße hier mit der framerate ist jetzt ich habe hier nur zehn bilder gerade die sekunde das ist immer hier weil hier extrem weil die so viele christelle effekt und so viele hoch auf diesen texturen sind also sorry misst jetzt auch hier beim kreis oder waren hier die an die herwand diese generatoren oder nee warte hier ist noch einer cool fünf mensch jetzt schaffen wir es ja in dieser folge das wäre es jetzt oh gott wenn ich das jetzt schon sehe das schild hier war das ne da ist der letzte oder ach nee das ist verdammt ist eine bemalung geht trotzdem mal hier lang nee warte dahin war ich schon nein 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 ge weg welcher sind leid lo豈isch schreck so oft ja soll das mal so sein ich finde ich da immer schneller eigentlich der zwei wo ist denn der letzte Biss ich mir immer frische Klamotten an für Slender. Für die Horroraufnahmen. Immer. Da riecht es am Anfang immer so gut und später stinkt es. Ja, weil das schwitzt einfach so. Das ist so gruselig. Dass du so schwitzt. Slender ist gar nicht so gruselig, Slender. Es ist einfach nur erschreckend. Gruselig und erschreckend sind komplette Unterschiede. Mensch, wo ist denn der Letzte jetzt? Ich laufe im Kreis. Ich war hier schon. Kann ich hier runterhüpfen? Nee. Oh, Framerate, komm jetzt. Wisstens, hab ich nicht geblendet. Oh, 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 oh. Komm jetzt, bitte. Wow, 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 geh weg, geh weg, geh weg. Verdammt. Was ist denn hier drin? Nix. verdammt nein ach ey ihr habt sie nicht alle ey das ist unmöglich sorry wenn ich hier die ganze Zeit auf den Tisch haue das hört man in so komischen Mie aber ganz echt kommt ey ja scheiß kleine Junge wo da rumläuft die ganze Zeit ja kann man schon mal sauer werden komm jetzt will ich ewig hier versauern ach komm jetzt packt halt immer wieder ein Generator rein das ist daran so schwierig so ich glaube jetzt immer dieselbe Strecke also immer dieselbe Strecke immer wenn ich verliebe jetzt ich hoffe ich verliebe nicht mehr so langsam könnte ich es wirklich schaffen ich meine ich war in der letzten Folge schon da jetzt sind diese langsam geht es mir auf den Sack der Zervote war ich hier schon das ist wieder der Anfang ja wo ist er denn hallo ich hoffe noch mal hier lang dann geht es mir in die anderen äh ich habe jetzt nur zwei Generatoren naja hm der ist aber schon schnell ne der Kai höher als ich zumindest na toll wieder im Kreis ich bin eigentlich auch die ganze Zeit im Kreis ich bin mal hier lang jetzt wo ist er denn ich höre ihn doch da hinten kann ich irgendwo nicht hier blenden ne doch ups ey was ist denn jetzt hier los gerade hier ist ja gar nichts hä was soll denn das jetzt ah wow danke der dritte erst dahin ist der vierte okay schon besser sorry da war eine kleine Unterbrechung es tut mir leid gut der Typ werde ich mich jetzt gerade einmal erwischt in dieser Unterbrechung fünf und sechs haben wir ne boah alter hier geht die Framerate extrem in die Knie sorry boah da ist er ja so wartet mal nein 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 geh weg jetzt bitte er hat mich einmal getroffen das heißt wenn er mich nochmal trifft bin ich tot logischerweise boah komm jetzt ehrliche Framerate sagt das Wort so oft kommt bitte noch ein Generator lass mich den halt noch finden bitte dann habe ich es geschafft dieses blöde Level und dann geht es endlich mal weiter hmM 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 hmHm ich finde den letzt nicht den muss irgendwo sein ganz sicher Ja das muss ja auch sein boah wenn jetzt gleich wieder Slenderman kommt ne Komm, wo ist er denn? Der Generator. Gibt's nicht. Oh Gott, na toll. Das gibt's nicht. Ich weiß nicht, wo ich noch suchen soll. Hallo, du bist geblendet? Ich hab keinen Bock mehr auf den Scheiß, ganz ehrlich. Ich überlege, ob ich's offscreen machen soll, weil ich jetzt nicht hier 5 Millionen Folgen an derselben Stelle rummachen will. Naja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich fand die Folge echt gut. So waren die Schrecken und sowas, was da alles so kam. Wir sehen uns in der nächsten, hoffentlich. Schaltet wieder mit ein. Servus.